Man könnte auch einfach nur kurz sterben, ja. Jetzt mal der Weg über die QWR jetzt länger ist, als der vom... ach was weiß. Rechts und links. Samm. Oh, okay. Ich dachte gerade, das wäre eine Kamera, aber hey. Für eine Sekunde, ich habe sie nur von der Seite gesehen. Ähm. Panzerbrecher, Munition, keine Sorge, bin gleich da. Ja, ich überlege gerade, ob man die auch hacken kann. Ja, also über das normale Security-Control-Station-Ding. Warum sollten wir das wollen? Wir können die verumbringen. Ja, aber die können so praktisch sein. Ja, dann hack die, wenn du unbedingt willst. Kann ich nicht, kann ich nicht hack. Du musst da. Doch, haben wir. Wo? Im Security-Bereich. Der mit der Security-Tür. Links. Oder rechts, wenn du noch von da ausgehst. Tada! Ja, hier kann man ja da rein gar nichts hacken. Auch da. Auch wenn die einem nicht helfen werden, wirklich. Aber weiß ich nicht, ne? Sonst werden sie uns normal nicht mehr umbringen. Wenn es funktioniert. Security-Systems deaktiviert für die Mänenzierung. Und die Frage ist... Du läufst vor. Ja, ja. Alles gut. Ich mach die Trosten kaputt. So. Wir müssen laufen gleich wieder zurück. Und das war's für uns. Hey. Mein Bereich. Ja, das war das... Ähm... Das war die Danitenwert, ja. Nee, erst mal kurz anders bewegen, so. Und jetzt nochmal speichern, weil der Herr es ja gerne doppelt gesichert hat. Hat auch ein Grund. Ja, ja. Hast ja recht. Okay, nur Stromversorgung. Hupp. Hab ich gerade gesehen. Ich warte nur bis sie wieder... Bis sie wieder idle ist. Ich warte mal gerne, wenn die wieder idle ist. Also... Ach, die sieht dich! So. Darf ich jetzt? Danke. Ui, noch mehr Zeugs. Endlich Splitterpatron, das war doch auch Zeit. Und... Energierüstung. Die ist für dich, glaube ich, besser. Weil du die mehr aufladen kannst. Und die gibt mehr Verteidigung, weil die gibt 50 Verteidigung. Da muss ich Standard aber beibehalten, weil die Energieparzorung leert sich so schnell aus. Naja. Äh, die Standard könntest du mir auch geben, ich hab nämlich nur leichte. Ja gut, dann hab ich halt teilweise einfach gar keine Rüstung, ist auch okay. Ja, ist auch so. Endlich den ganzen Kamm erstmal wieder umrollen. Weil die ist nämlich schon von 100 auf 95 runter in der kurzen Zeit. Ja, sagst du Bescheid und kann man tauschen, ich hab jetzt mal unterm Beide bei. Ja, für beide hab ich kein... Doch hab ich sogar belastet gerade so. Ich hab übrigens einen Log aufgehoben, aber okay. Hast du? Oh, nicht gesehen. Sorry. Du und dein Mann, vorbereiten für eine Detonation. Dividier sie in drei Gruppen. Each Gruppe muss aktivieren einen der Kontroll-Panellen. Wenn ein von der Forschungs-Team redet, um zu kooperieren, oder versucht, dich in irgendeinem Weise, schiebt ihn. Sobald alle drei Kontroll-Panellen sind aktiviert, gehst du auf den Tram und kontaktiert mich, damit ich zuerst blasten. In the meantime, I'm going to look for Professor Grimm. Ach, jahres. Gut, also, Militär gegen Wissenschaft. Mal wieder. Wie so häufig. Äh, hinter dir. Hinter mir? Hinter mir. Ich hab noch keine Gedankenkontrolle. Dann baller ich den gleich kaputt. Okay. Äh, ich hab hier Brandgranaten. Wolltest du dir was bringen? Ja, auf jeden Fall. Ja, du... wo rennst du denn hin? Da. Wir brauchen die Batterie, die du vielleicht aufgesammelt hast. Äh... Ich bezweifle, dass das die gemeint war, aber okay. Elektro-Power-Systeme reaktiviert. Brauchen wir für was sonst? Eine Batterie? Ja, für irgendeine Tür brauchen wir noch eine Batterie. Es kann sein, dass wir jetzt einen großen Teil übersprungen haben, es tut uns leid. Ja, ich hab ja gesagt, wir haben nachgestellt. Glaube ich. Äh, nicht, hab ich es jetzt gesagt, so. Blüterpatronen. Äh... So, not. Macht sich gut. Aktiv, aktiv. Klar, aktiv. Kern, Nerd, Midwife. Ja. Und eine... Ein Haupt... Ich hab einen Hauptcomputer gefunden. Das ist der Panel. Jo. Kann ich mir die Activation-Card reinpacken? Nope. Nee, nee, da fehlen ja noch die drei Karten. Meinte ich, ja. Hab ich was versucht. Aber geht nicht. Die müssen wir also separat haben. Vorher möchte ich erstmal ne... Ähm, ne Batterie hätten finden müssen, um überhaupt dieses Paneel zu nutzen. Gut möglich, ja. Geh auf Klo. Okay. Ah, schau mal. Ah? Datemunition. Steh mir nicht im Weg. Bin wichtiger als du. Ah, okay. Ne Midwife gefunden. Noch mehr Organe. Ohhhh. Äh. Ich glaube, das ist im Internet offiziell voll. Ohohohohohohohohohoho. Nee. 43 Minuten aber nur. Jetzt nicht. Ja, sind nicht viele. Sehen, was... War so teuer. Hab nicht drauf geachtet. Doof. Äh. Gedankenkontrolle. Gedankenkontrolle, Gedankenkontrolle. Wo war die? Ähm, für das Assault-Gewehr braucht man Standard 6, oder? Äh, ich glaub schon Alter, ne, jetzt krieg ich ein Leben nicht mehr hin Für Standard 6 brauchst du, glaub ich, brauch ich noch mindestens über 50 Also wahrscheinlich noch über 100 Klar Diese Fusionskanone werde ich eh nicht nutzen Willst du die haben? Brauchst du eigentlich nicht Um, können zu tragen, sagen wir mal so Kann die auch immer, wir können auch einfach wegschmeißen Ja, aber die ist so, ja gut Im richtigen Spiel macht die wenig Sinn, das ist wohl wahr Das ist nur Infinite Bulli so Und vor allem verbraucht ihr einfach das halbe Bild Gerade für dich zum Aufnehmen wäre das mies Ich hab noch 23 Punkte, die ich irgendwo verteilen will Okay Äh, Chaos Aber ich hab nicht, worauf ich gehen wollen würde Der kam ich auf 4 Du, spaß dir doch Ähm, ja, werde ich wohl auch Wäre so weit, ist so weit, okay Ähm, waren wir links? Ja, wir waren, wir kamen von links Oh, Milka Oh, OS Ich muss erst mal die Midwives umbringen, sorry, war wichtiger Desperate Midwives ist nicht so meine Lieblingsserie Ähm, was soll ich aufnehmen? Ähm, okay Ja, nicht mal smashe Da hat nichts passt, was zu tun Ich weiß nicht, ob die so effektiv ist, weil du aufladen musst. Egal ob, ich leide eh nicht mehr zu weit auf, normalerweise. Also im Kämpfe ich ja quasi nur mit der Ranch, von daher. Klapperst du oder klapperst hier irgendein Gegner rum? Das bin nicht ich. Äh, nochmal Donuts. Hat dich das Modell schon? Wer möchte da was für ein Donut man mitnimmt? Hm. Nein, das ist der mit der pinken Glasur und Streuseln. Kann ich nicht zu dem mit der weißen Glasur und Streuseln packen. Da ist irgendwas an der Decke, was ich nicht gesehen habe. Ach, direkt über mir. Moment. Ah, schön. So, erstmal vollfressen. Äh, Kram ist nicht da. Ich würde sagen, so klang es nämlich. Es klang nämlich wie eine Turmzugangsklappe. Ah, okay. By the way. Tram. Tram. Lang nicht mehr gehabt. Das heißt, im Originalspiel, glaube ich. Und auch im Originalspiel war sie schon tödlich. Na ja. Na, wenn sie wollte, war sie tödlich. Wenn man so blöd war, auf die Schienen zu springen. Oder wenn es einen durch den Boden gebackt hat. Oder so. Ich will diesen Donut. Gib ihm hier Teller. Ich hab übrigens jetzt das genommen, dass ich mehr Heilung aus Serum spritzen krieg, ne? Okay, ja gut, du verwendest die ja. Ich auch noch, aber... Nebenbei, die Energiepanzerung ist jetzt schon auf 12%. Von 100. Ich hätte gerne meine Panzerung wieder. Ähm. Nö. Wie wär's damit? Ja gut, wenn ich die alle für dich verschwenden soll, gerne. Wir werden hier noch ein paar finden. Und wie gesagt, ich hab die bisher nie verwendet. Äh. Ist das Schnee oder ist das ein Kraftfeld? Das ist hier die Frage. Probieren wir's aus. Nee, okay. Hier raushüpfen sollen. Nee. Das wär, glaub ich... Ja, kann man auf Rückfahrt machen. Wenn's nicht geht, dann wär eher ne QR. Von daher, hätten wir sogar Weg gespart. Das hier sieht so aus, als wären die Wissenschaftler gut am Werk gewesen. Du Sprott. Und noch ne Hand. Ich hab Fritten gefunden. Gut, direkt. Alter, um das Teil, ähm, wieder zu reparieren, bräuchte ich reparieren drei. Ich hab nur reparieren zwei. Ich hab reparieren null. Ja, guck mal, wie das Teil zugerichtet ist, ja. Guck mal die Masse an. Ich hab die Masse immer gehasst. Dann geh halt nach links. Da ist die noch nicht so ausgeprägt. Mhm. Äh. Varium, was bist du? Antimon. Varium, Ätrium, Antimon, ja. Wahrscheinlich mehr ist in der Masse hinten drin, aber da kommst du nicht rein. Moment, Midwife ist weg. Hambler. Brauch ich Molybden. Dann. Okay. Dann. Wurzeln, die Kurve. Kalifornien brauche ich dafür. Aktivierungsschlüssel nochmal für ne, ähm, für ne, für ne, für ne Heilstation. Okay. Ja, Moment. Eine Antitoxin-Spritze, die zweite jetzt schon. Irgendwie... Irgendwie... Einzige, welch gibt es nicht zu brennen. Da, in der Person. Noch mal ne Spritze. Ist das denn auch bei dem Kalitrium? Na ja. Oh, look at that. Crystal Shard. Das ist das Einzige, was so richtig auf die Nerven geht. Ja. Forschung 4. Am Arsch. Ja, wirklich. Was siehst du? Willkommen offiziell in der Masse. Ja. Soll ich vorgehen? Ich schau mal erstmal kurz, ob ich noch meine Waffe modifizieren kann. Ja, kann ich's aber nochmal. Weil ich doch gerne alles modifizieren würde, bevor ich irgendwie... ...die Texturunterschiede. Faszinierend. Hier soll's egal sein. Ist vor allem interessant, dass dieser Research and Development Aufdruck irgendwie schräg geworden ist. Das Ding irgendwie Tinten abstoßende Eigenschaften hier oder die Hochspielhause. Ah, sorry. Ich geh mal. Ja, ich hab nur meine Waffe noch. Ja. Und die Geräusche hier drin sind wieder so. Nee. Gut. Ich hätte vielleicht Forschung 4 nehmen sollen. Bis zur Säure. Bist du nicht. Oder du stehst einfach nicht hoch genug. Was gut. Äh. Ja, zurücks. Kalifornien brauche ich mal. Dem brauche ich auch für irgendwas, glaube ich. Bist du hin? Ich bin hier durch eine Pore gelaufen. Ja. Ach ja. So weit schon, okay. Ja, was heißt so weit? Das ist einmal links abbiegen. On a log. Und erst mal... Ja, komm mal raus. Ich finde die Kontrollpanel in diesem Masse. Wir brauchen noch die Aktivation-Kolge für sie. Oder auch nicht. Ist es eine Art und Weise, wenn ich über die Kontrollpanel verabschiede? Ich dachte, du sollst aus dem Weg gehen. Ach so. Dann müssen wir haben zweimal Molybden, aber sonst nicht allzu viel. Ja, ich gucke mal. Kann ich vorgeben, habe ich doch was eingesammelt oder nicht? Ja. Na komm, das braucht schon schneller. Ähm, das hast du noch gar nicht researcht. Was denn? Äh, dieses... Diese Heildrüse, Moment. Ja. Ja, jetzt erstmal das Thumbler-Wine kurz dran, weil das Ewigkeiten braucht. Ja, aber die Heildrüsen werden hier drin recht hilfreich werden, wahrscheinlich. Ja, ist gut. Ich muss ja kurz mal... Den haben wir ja da. Und er liegt Osmium. Ja, man kann Osmium da. Kann er sein? Ja. Ja, das ist so. Gut. Gehen wir mal weiter. Ich gebe jetzt auf Splitter schalten. Die letzten neun Patronen. Den Dings auf Brandgranaten. Ja, ich hatte nämlich neue Brandgranaten gekriegt. Richtig gut. Und ich habe sechs Munitionen Schrot. Also ich kann auch hiermit schießen. Zurück. Richtig schröre ich. Noch mal ein Reparaturwerkzeug. Äh, immer erst abbiegen. Okay. Sieht richtig aus. Auch nicht, ne? Ja, geradeaus. Äh, wir holen den. Gehen wir mal nicht mehr zurück. Auf dem Weg. Vielleicht kommen wir noch woanders lang, aber... Wenn überhaupt gingst du da zuerst rein, weil... Könnte radioaktiv sein. Aber wir können doch erstmal hinlang gehen, ja. Äh, gut. Hin und her und her und her und hin. Noch habe ich die Sprutmunition für den Kerl. Und noch ein Lock. Perfekte Granatenwerfer. Auch Schleife von sechs. Die Kontrollpanels, aber wir können es nicht aktivieren, weil wir noch nicht den Aktivation-Karten gefunden haben. Woher sind alle die Forschungser? Dieser Kerl ist aber auch wirklich motiviert. Hoppala. Äh, äh, äh. Was? Achso, stimmt. Dann kann man hochklettern. Hey, hey. Stimmt, Nervenleitern. Look. Wie ist eigentlich stimmt? Wir hatten nie solche Leitern gehabt. Doch, im Original-Spiel. Eigentlich hatten wir das. Ich brauch mal ein Code für. Okay, jetzt die Prozedur. Ich glaube, wir haben so ein Code vielleicht sogar. Äh. Codes, 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 Notizen. Alle vier Blast Devices aktivieren. Dö. Kein Code? Ne, kein Code. Muss noch warten. Aber wir können unsere Position schon mal merken. Wovor schon abgeschlossen, du machst jetzt mehr Schaden an Ramlon. Da-da. Danke. Du hättest ja gerne zwei Minuten früher kommen können. Ich hab ja nur 12.000 Tonnen Munition verschossen. Du hättest auch kurz warten können, ne? Ja, vorher hätte ich ihn wissen sollen, dass es genau jetzt kommt. Dann in die falsche Richtung, oder? Wir waren am Vorstab. Ja, hier. Hier, wir wollten geradeaus weiter, ne? Wir waren geradeaus weiter, meine ich. Okay. Ja, genau. Dann. Jetzt ins Wasser da. Ja. Ja, ja. Nö, ist angenehm. Ich sehe nichts, siehst du was? Ja, da ist der Ausgang. War es dann aber auch. Ah, okay. Wir sind im Hauptbetrackt. Ich mach mehr Schaden an Ramlon. Ich mach mehr Schaden an Ramlon. Wenn ihr entpult, kann ich auch ein bisschen was reinbauen. Ah, das ist eigentlich ein anderer Schlag, aber zumal sie gar nicht. Das Einzige, doch, doch. Also ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass das zehn Kugeln normalisch rot waren. Plus deine Schläge. Ja, gut. Da kommt viel gewesen. Ah, hier lang. Äh, da sind Eier. Wo bist du? Ach, du bist da lang. Durch die Porra. Oder Schlesmuskel oder was auch immer. Das Loch in der Fleischwand. Bist du die Öffnfeuer vorsichtig, oder? Also die erste habe ich schon. Die ist leer. Moment. Da ist noch ein bisschen gewesen. Äh, ja genau. Hier sind wir vorne rein. Dann können wir hier weitergehen. Achso, das sind... Hochdruck, Gas, Entladung, was weiß ich's. Die Spritze. Da kamen wir dann hier? Äh, da lang, ja. Da lang, ja. Weil hier sieht für mich alles gleich aus. Tut mir leid. Ich hab' die doch nicht umsonst. Geil. Eins. Zwei. Ich hab' die perfekt durch das Loch hinter ihm geschossen. Schön. Bis. Äh, pass auf, dieses drehende Teil. Eben. Da ist ein Massenkern. Warum ist hier ein Massenkern? Äh, ich hab' die Klorik. Äh, gleich hier mit Cyber-Modulen. Zwölf normale Munitionen, das ist super. Okay, das heißt, wir müssen erst den checken. Das heißt, die Klorz brauchen wir auch noch irgendwo her. Bäh. Wir werden wahrscheinlich da irgendwo beim Kern sein. Mach' ich den Schein? Ja, mach' ich. Was? Na, das ist ein Psy-Reaver. Die hab' ich ja nie gesehen. War'n auch am normalen Spiel. Die werfen irgendwas. Ich glaub, hier sind praktisch wie die Affen, nur stärker. Ach, die waren das. Ja, ja. Du musst aufpassen, sterben ist hier unnützig. Tot. Okay. Äh, der letzte Schuss. Der sah aus, als würde er mir vorbeigehen, aber er hat mich noch getroffen. Die Affenstattung verbraucht. Fuck. Äh, ja, ich baller mal auf das Vieh einfach, bis du wieder da bist. Ich werde nie wieder da sein. Ich hab' keine Ahnung, wo ich lang muss. Okay, dann gleite ich dich mal kurz her. Okay, ich binh da. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020